Spezialisiert Flexibel Kundenorientiert Ilkazell Isoliertechnik GmbH Zwickau 1999 gegründet Über 100 Mitarbeiter 5 Auszubildende Unter dem Motto besondere Ideen brauchen besondere Räume hat sich die Ilkazell Isoliertechnik GmbH auf Kühl- und Tiefkühlzellen, Reinraumtechnik und Isolierkammern für die Umweltsimulation spezialisiert. Dabei stehen die Experten für eine umfassende Kundenbetreuung von der Entwicklung bis zur Übergabe der speziellen Lösungen. Mit gemischten Teams aus talentiertem Nachwuchs und erfahrenen Fachkräften stellt sich das Unternehmen zukunftssicher auf. Die Ausbildung hat also einen hohen Stellenwert. Schwerpunkt unserer Ausbildung ist der Konstruktionsmechaniker. Das ist ein hochinteressanter Beruf, der sehr vielseitig in seiner Ausbildung spektrum ist und natürlich auch in der Anwendung in unserem Hause. Die Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker, Mechanikerin, findet an verschiedensten Stationen bei Ilkazell statt. Danach wird, ganz nach deinen Interessen und Fähigkeiten, der individuelle berufliche Weg festgelegt. Ein Traumjob also. Konstruktionsmechaniker wollte ich werden, da der Beruf viel Abwechslung bietet, da man an vielen verschiedenen Maschinen eingesetzt werden kann und somit der Arbeitsalltag nicht eintönig wird. Selbst ein weltweiter Einsatz bei verschiedensten Kunden wäre möglich, ebenso wie Weiterbildungen im Betrieb. Mitbringen solltest du gute mathematische Kenntnisse und ein Interesse für naturwissenschaftliche Fächer. Technisches Verständnis, handwerkliches Geschick und räumliches Vorstellungsvermögen sollten dich ebenfalls auszeichnen. Konstruktionsmechaniker, Mechanikerin. Voraussetzung Realschulabschluss oder Abitur. Ausbildungsdauer 3,5 Jahre